hier ist ein projekt in welchen einige dachfenster dachflächenfenster eingebaut worden sind entstanden ist das mit dem werkzeug dachflächenfenster auf eine dachhaut solche dachflächenfenster können dann auch über die reports ausgewertet werden im standard zu finden beim ausbau bei den fenstern und türen dachflächenfenster dann wählt man sich das aus das alles ausgewertet wird und da sind die dachflächenfenster hier ausgewertet